Was hat sich seitdem im Business verändert? Was hat sich die klassische Pressemitteilung irgendwo immer noch eine Bedeutung, aber längst nicht mehr die, die es mal hatte. Heute funktioniert das alles ein bisschen anders und die Nutzung von Social Media auch, um Botschaften in die Welt zu tragen, hat extrem zugenommen. Man kennt ja alle, dass wir auch in den Fernsehnachrichten, in den Tageszeitungen auch immer wieder darüber lesen, wie sich Politiker über Twitter oder andere Medien geäußert haben. Das findet also über Social Media auch durchaus Eingang in die breite Berichterstattung. Und da muss man einfach anders rangehen als Politiker. Da muss man schneller sein, da muss man zackiger sein. Das hat sich durchaus verändert. Haben Sie denn überhaupt den Job gewechselt oder sind Sie eigentlich nicht immer noch in der Kommunikationsbranche? Nein, überhaupt nicht. Das wäre wirklich falsch, das zu denken. Natürlich ist die Kommunikation in der Politik ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. Es ist ja klar, alles das, was wir tun, müssen wir in einer Demokratie erklären. Wir müssen um Akzeptanz und Vertrauen werben. Das gehört natürlich immer dazu für jede politische Partei, für jeden Politiker. Aber dennoch bin ich natürlich als Politiker vor allen Dingen dafür auch verantwortlich, überhaupt das Produkt zu entwickeln. Also unsere Ideen, unsere Konzepte, unsere Strategien zu erkennen, was sind die Herausforderungen in der Gesellschaft, wie reagieren wir darauf. Das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit, das zu entwickeln. Die Kommunikation ist dann der nächste Schritt und das habe ich bisher ja in der vorherigen Zeit auch schließlich gemacht. Heute ist natürlich der Schwerpunkt auf der Entwicklung des Produktes sozusagen, auf der Politik an sich. Aber das beste Produkt bringt wahrscheinlich auch in der Politik relativ wenig, wenn man das nicht richtig verkaufen, erklären kann in dem Fall. Genau, also gerade in der Politik ist es, glaube ich, wichtiger als in allen anderen Bereichen, sich zu erklären, zu werben. Das geht nicht nur für Wahlkämpfe, das sind natürlich so Hochzeiten der politischen Kommunikation. Das geht auch immer zwischendurch. Deswegen, nicht umsonst, sitzen wir ja ständig auf Podien, in Sendungen, sprechen mit den Bürgern, weil das natürlich unsere Aufgabe ist, zu kommunizieren und zu sprechen. Danke. Herr Heider, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Als ich die Liste dann zusammengestellt habe, stelle ich fest, dass ich geschrieben habe in einem der ersten Einleitungstexte. Marken sind heute ihr eigenes Medium, der Einfluss klassischer Medien erodiert und die Meinungsmacht der sozialen Netzwerke nimmt rasant zu. Sie als Vertreter der klassischen Medien so sagen, habe ich da Blödsinn geschrieben? Muss ich dem schlechtes Gewissen haben? Ja. Wenn Sie so ehrlich fragen, ja, das ist Blödsinn. Aber Sie haben es ja auch wieder weggeschmissen. Also Sie haben ja nur erzählt, was Sie eigentlich vorbereitet hatten, in der Erkenntnis, dass es Unsinn ist. Ja. Und Sie wollten jetzt von mir nur die Bestätigung und die kann ich Ihnen hier mitgeben. Okay, Herr Thorne. Also es ist natürlich so, also ganz auch in dem kommunikativen Sinne von uns allen, habe ich das natürlich gleich erst mal veröffentlicht. Weil eine steile These muss ja raus. Also gut, Sie soll ich nicht mehr wegnehmen jetzt. So kennt man Sie. Okay. Wie ist denn dann die Position der Medien? Haben die denn noch so viel Einfluss wie früher? Auf jeden Fall haben Sie, glaube ich, nicht weniger Einfluss. Wenn wir von dieser Medienkrise reden, gibt es ja ein großes Missverständnis. Und der Kern der Medienkrise ist ja, dass in den vergangenen 10, 15 Jahren die wirtschaftliche Basis vieler Medien verschwunden ist. Also ich kann das für das Hamburger Abendblatt sagen, wir haben unseren größten Umsatz gemacht mit drei Anzeigenarten, Immobilienanzeigen, Stellenanzeigen und Kfz-Anzeigen. Das ist so eine Größeordnung, da reden wir über das Hamburger Abendblatt von einem dreistelligen Millionenbetrag im Jahr im Jahr 2000. Da ist ein Tick weggegangen von in den vergangenen Jahren. Und das ist das Problem, wir haben im Jahr 2000 80% unserer Umsätze mit Anzeigen gemacht vom Abendblatt und 20% mit dem Verkauf der Zeitung. Heute ist es quasi umgekehrt. Und das ist das Kernproblem, dass der Journalismus eben gemerkt hat, dass der Wert des Journalismus, wenn man nur die Texte nimmt und das abkoppelt von Anzeigen, dass das halt ein ganz anderer Wert ist. Und damit hat die ganze Branche zu kämpfen. Das hat nichts mit zu tun, dass wir jetzt die Leser nicht erreichen. Wir haben jetzt aktuell 2,8 Millionen Leser im Monat. Das hatten wir in Printzeitungen, hatten wir 850.000. Also das heißt, hier ist ja ein Raum voller Kommunikationsprofis und Experten. Wir brauchen die Journalisten immer noch, meinen Sie? Naja, also Sie können sich ja mal Länder angucken, wo es keine Journalisten gibt. Gibt auch. Ja. Also ich weiß nicht, wie groß in Nordkorea die PR-Branche ist. Also die staatliche PR-Branche ist sehr groß. Ja, insofern scheint mir auch ein sicherer Job da zu sein. Ach, deshalb sind Sie gewechselt. Ja, eigentlich wird es ein Mordkorea. Nein, danke. Liebe Frau Hartwig, im Vorgespräch sagten Sie, dass das Kommunikationsziel, und das wird Herrn Haider jetzt wieder freuen, und das passt nämlich gerade darauf, dass das Kommunikationsziel der meisten Start-ups sei es, noch immer im Manager-Magazin zu landen, also in den klassischen Medien. Sind Sie, sind die scheinbar so innovativen Start-ups so konservativ? Also erstmal finde ich nicht, dass das Manager-Magazin ein konservatives Magazin ist, sondern immer noch ein relevantes Wirtschaftsmedium, was sich ja auch mit der Zeit bewegt, wo auch sich mit den ganzen Geschäftsmodellen beschäftigt, die im Internet oder online als Basis sozusagen haben. Aber was Sie meinen, ist in der Tat eine nette Anekdote. Als ich relativ am Anfang bei Hanse Ventures anfing, stand ein Auszubildender irgendwann mit dem Magazin neben mir und sagte, Sandra, wann kommen wir denn endlich ins Manager-Magazin? Dann sagte ich zu ihm sehr hart, ich hoffe hoffentlich nie. Denn das ist eigentlich für mich eher so das Sinnbild dafür, dass man sich halt auch mit den Medien beschäftigen muss, in die man gerne rein möchte. Und wenn man sich das Heft einmal anschaut, dann sieht man ja, dass es eher langfristig recherchierte, investigative Geschichten sind, die eher Manager-Makel aufdecken, als jetzt lobend über ein Unternehmen zu schreiben. Und von daher ist das für mich so das Sinnbild und spricht auch ein bisschen für die Gründerszene, zumindest wenn sie sich noch in den Anfängen bewegen, dass ein ziemlich großes Unverständnis für die verschiedenen Mediengattungen da ist und welche Zielgruppe sie eigentlich erreichen wollen und welcher Medienkanal da der richtige ist. Also auch da ist eine Aufgabe dann von der PR, der Kommunikationsabteilung, den Gründern erstmal zu erklären, was sie eigentlich wollen, was für eine Kommunikation sie haben wollen. Ganz genau. Also sie bewegen sich natürlich immer sehr in ihrem Produktkosmos und wollen die Welt revolutionieren und ihr Produkt ist sowieso das Beste, was es gibt. Und da erstmal ein Verständnis dafür zu schaffen, dieses ganze Thema einzuordnen. Ich sage immer, versuche das Ganze mal auf eine Meta-Ebene zu heben. Was hat es für eine politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Relevanz in diesem Kontext? Wo kannst du dein Thema da einordnen, damit du weg aus dieser reinen Produktperspektive kommst? Und eine andere Relevanz damit vielleicht noch schaffen kannst. Sehr schön. Auch ein Produkt, glaube ich, was man wahrscheinlich noch einigen erklären muss, ist sowas wie Xing Klartext oder kennen das schon alle, was sie da machen? Klar. Klar, hervorragend, dann sparen wir uns das. Ist Xing Klartext journalistisch oder ist das die perfekte, so eine perfekte Ego- und PR-Plattform für Manager, die unbedingt nochmal ihre Meinung loswerden müssen? Nein, das ist ein journalistisches Debattenportal, was sich Xing vor ungefähr drei Jahren geleistet hat oder angefangen hat aufzubauen. Mit Xing News haben wir ein Newsroom installiert. Und eines der Produkte, die wir auf der Plateau anbieten, ist eben dieses Debattenportal. Und das ist eben keine Ego-Plattform. Ich glaube auch gar nicht, dass irgendwo reine Ego-PR-Plattformen funktionieren würden, weil ich glaube, die Menschen gerade im Netz, das sind auch sehr kritische Leser, die sind schnell weg. Wenn man dann mit Platter-PR kommt, sind die auch sofort weg. Und deswegen haben wir ein redaktionelles Portal aufgebaut. Wir suchen zu täglichen Themen interessante Debattenautoren und stellen gegeneinander. Wir redigieren deren Texte, wir setzen die Themenplanung. Ganz normales redaktionelles Produkt. Warum? Also, Sie sagen das nicht, deswegen sage ich das einmal für alle. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Und es wird sehr gut angenommen. Es wird eine gute Debatte, tausende von Kommentaren, die sie nach sich zieht. Also, es ist faszinierend, wenn man das sieht. Ja, tausende Kommentare, das war, glaube ich, vielleicht mal so eine Top-Debatte. Es ist ein bisschen überschaubarer, aber wir merken, dass, anders als bei anderen sozialen Netzwerken, die Kommentare unter unseren Beiträgen eine andere Qualität haben. Man tritt damit echten Namen auf und im Schnitt sind die Beiträge ungefähr ein Viertel-Dinner-Vier-Seite lang. Also, Leute, die bei uns mitdiskutieren, die engagieren sich richtig, die liefern auch richtige Inhalte zu. Oft treten wir mit denen in Dialog und gewinnen die manchmal auch als Autor. Und wir merken, da steckt Expertise dahinter und die sind interessant. Ah, okay. Warum interessieren sich die Menschen so für die Meinung anderer Menschen? Also, haben Sie da eine Erklärung für? Also, ich glaube, sozusagen soziologisch gesehen vielleicht, weil man durch andere meinen, ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht mit der... Ich glaube, im Zweifel bin ich das. Weil ich glaube, natürlich verortet man sich selber auch durch die Meinung anderer. Man kann sich seine eigene Position abgleichen, indem man erfährt, wo man selbst steht, wo andere stehen mit ihren Meinungen. Und aus journalistischer Sicht würde ich sagen, man liest als Mensch am liebsten über Menschen. Und wir positionieren einfach die Leute mit ihren Gesichtern, die Debattenautoren, mit ihren Meinungen, mit ihren Positionen. Und man kann sich einen eigenen Eindruck verschaffen über einen Aspekt einer Debatte. Okay, danke. Andrea, ich erinnere mich auch sehr gut daran, in einem meiner ersten Vorstellungsgespräche hast du mir erklärt, was der Job von Frau Renk ist. Und da hast du gesagt, unsere Aufgabe ist es, Journalisten glücklich zu machen und den Journalisten zu helfen. Also, ganz anders, als man eigentlich PR verorten würde. Sind also, nochmal, Journalisten immer noch die wichtigsten Stakeholder für PR und Öffentlichkeitsarbeit? Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also, die klassische Medienarbeit, wie wir sie auch ganz oft mal datiert bekommen von unseren Kunden, ist tatsächlich auch noch unsere Hauptaufgabe. Und es ist tatsächlich so, dass ich unseren Kunden auch immer versuche zu erklären, dass wir tatsächlich die Geschichte für den Journalisten und sein Ziel-Medium entwickeln müssen. Auch, da stimme ich der Frau Hartwig auch total zu, das Format bedienen müssen und im Prinzip auch diese Relevanz zu schaffen für den Leser des Mediums. Weil nur so können wir natürlich auch den Journalisten überzeugen. Und deswegen sage ich auch, der Kunde gibt uns Geld dafür, dass wir dem Journalisten den besten Service bieten. Also, so in dem Kontext zu sehen. Ich glaube nur, dass wir inzwischen auch andere Öffentlichkeiten bedienen. Also, Journalisten sind eine Gruppe von Multiplikatoren, die für uns natürlich sehr wichtig sind. Also, ich würde auch Frau Hartwig zustimmen, dass insbesondere klassische Live-Medien gerade für Startups noch sehr wichtige Medien sind, um ein Vertrauen für ein Produkt zu schaffen, wo es vielleicht auch noch nicht so viele Erfahrungen gibt. Was auch vielleicht noch ganz neu ist, gerade in der Digitalisierungsbranche erleben wir das ja ganz oft, dass Produkte mit Vorurteilen behaftet sind. Und da kann ein Journalist schon eine sehr gute Einordnung bringen. Und in dem Moment müssen wir aber den Journalisten auch so schlau machen, dass er das versteht und auch sich eine Meinung bilden kann über Vor- und Nachteile eines Produktes. Zum Thema Debatte muss ich, finde ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch Experten zu platzieren. Das ist ja auch eine Öffentlichkeit. Also, alles, was in der Öffentlichkeit stattfindet, ob es nur in einem Printmedium oder in Vaxin-Klartext stattfindet, ist ja Meinung und ist auch PR. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Kommunikation dann auch zu führen und zu steuern. Also, wir hatten tatsächlich auch ein Erlebnis mit 13.000 Reactions auf eine Debatte. Das war aber wirklich auch nur möglich, weil der Experte sich ganz aktiv auf den ganzen Tag in die Kommunikation mit den Usern auch integriert hat und auf jeden einzelnen Post auch geantwortet hat. Und da ist es natürlich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Expertenplatzierung. Danke. Stichwort Steuern von Kommunikation, Frau Suding. Kann man als Politiker Kommunikation noch steuern oder verliert man sofort die Kontrolle, wenn man etwas sagt? Über das Gesagte. Steuern Sie Ihre Kommunikation? Ja und nein. Also, ich habe natürlich die Hoheit darüber, was ich sage, aber ich habe natürlich nicht immer die Hoheit darüber, wie es aufgefasst wird, wie teilweise auch Aussagen aus dem Kontext genommen werden, in einen anderen Kontext gesetzt werden. Da gibt es ja genug Beispiele dafür, wie auch Missverständnisse auftreten, die dann auch ordentlich ins Rollen gelangen. Ja, bedingt natürlich. Also wir versuchen das, aber das war glaube ich auch, das hat sich auch nicht verändert, das war nie anders. Okay, also es ist nicht schlimmer geworden durch Social Media, dass sich Kommunikation verselbstständigt? Durch Social Media ist die Kommunikation schneller geworden. Ich glaube, wir haben einfach häufiger den Fall, dass auch ein Politiker schnell mit dem Smartphone etwas in seinen Twitter tippt, was er vielleicht sich hätte nochmal etwas genauer überlegen sollen. So etwas passiert natürlich häufiger. Dann sind die Erregungswellen riesengroß, die sind dann aber auch viel, viel schneller wieder vorbei, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Also das ist schneller geworden. Ich habe immer dieses warnende Beispiel der letzten Wochen von Jan Spahn vor Augen, wo Jan Spahn ein Interview gegeben hat, ich glaube der Augsburger allgemein. Und da hat er etwas sinngemäß gesagt, wenn jeder Pfleger drei Stunden länger arbeiten würde, dann wäre viel gewonnen. Und in dem Kontext hat er das einfach nur so gesagt, dass in den letzten zehn Jahren sehr viele Pfleger angefangen haben, ihre Arbeitszeit freiwillig zu reduzieren. Und wenn die einfach ein bisschen weniger reduzieren würden, dann hätte er schon viel gewonnen und die Gesellschaft. Und die ARD hatte diesen, die Tagesschau genau genommen, hatte diesen eines Zitat verkürzt, einfach auf eine Social Media Kachel gebackt und bei Facebook veröffentlicht. Und Jan Spahn und sein Thema haben fast eine Woche gebraucht, diese Zitate wieder einzufangen, was dann, wenn Laura vorher durch das Internet ging. Ja, jetzt muss man bei Jan Spahn sagen, das passiert ihm natürlich auffällig häufig. Das, glaube ich, kann man beobachten und ich kenne ihn ganz gut. Und es gibt natürlich Fälle, wo man ihn auch ganz klar in Schutz nehmen muss. Da werden wirklich Dinge aus dem Zusammenhang gerissen, die gibt es. Aber natürlich weiß der auch ganz genau, dass es bestimmte Aussagen gibt, die man sehr, sehr gut verwenden kann und die ihn natürlich auch in die Diskussion bringen. Das hat er ja so ein bisschen sein gelassen in den letzten Monaten. Aber bevor er Minister wurde, hat er sich ja zu diversen Themen von Hartz IV über den Paragrafen 219a und sonstige Dinge sehr explizit geäußert. Und da hat er natürlich einkalkuliert, dass er damit auch die Schlagzeilen beherrscht. Das ist für ihn dann sicherlich auch nicht so ein Nachteil gewesen. Gut, das stimmt. Ich erinnere nur an die englischsprachigen Kellner in Berlin. Ja, ich erinnere mich wieder dran. Kann man heute noch ohne eine passgenaue PR- und Werbestrategie Wahlen gewinnen? Sie sagten es, Ihre Aufgabe ja eigentlich sei, programmatisch zu arbeiten. Ich glaube, man konnte nie ohne eine vernünftige Kommunikation zum Wähler eine Wahl gewinnen. Ich glaube, das war noch nie möglich. Wie Wahlkämpfe geführt werden, das hat sich komplett verändert. Nicht alleine dadurch, dass wir einfach viel mehr Parteien haben, die relevant sind und die im Bundestag sitzen. Früher waren es mal drei, jetzt sind es in allen Parlamenten sechs Parteien und fast allen Parlamenten. Die Kanäle haben sich verändert, die Kommunikationsleitschaft ist viel zersplitterter. Aber dennoch wird man immer eine passgenaue Kommunikation benötigen, um die Wähler zu erreichen und sie vom eigenen Programm zu überzeugen. Wer macht denn aus Sicht einer ehemaligen PR-Experte aktuell den besten kommunikativen Job von den Parteien? Also ehrlich gesagt, da fallen mir zwei ein in ganz unterschiedliche Richtungen. Zum einen ist es tatsächlich die AfD, die nutzt Social Media, muss man wirklich sagen, auf eine sehr perfide, aber auch sehr brillante Art und Weise. Also ich erlebe das ja oft, die Debatten live im Deutschen Bundestag, sehe dann, was sie daraus machen. Und wie die dann die Aussagen, die am Rednerpult von den AfD-Abgeordneten gesagt werden, gegengeschnitten werden mit Reaktionen aus dem Plenum, sehr, sehr häufig von den Grünen. Damit erzeugen die natürlich eine Kommunikation, die bei den Zuhörern, bei den Anhängern extrem verfängt. Die sind dann ja auch in dieser Riesen-Bubble. Also das machen die schon wirklich gut. Das machen die auch erfolgreicher, muss man ganz ehrlicherweise sagen, als alle anderen. Ich würde mich niemals dieser Methoden bedienen wollen, aber das machen sie für ihre Art und Weise richtig gut. Und die andere Partei, die im Moment kommunikativ extrem profitiert, sind natürlich ganz klar die Grünen. Die haben zwei Vorsitzende, die da lockerflockig rüberkommen, die nicht regieren müssen, die sich in philosophischen Allgemeinplätzen ergehen können, die bisher ja nicht konkret werden mussten. Das ist natürlich eine Sensation, eine tolle Situation und deswegen natürlich auch diese Werte haben. Das machen die schon richtig gut. Geht ein bisschen auch für FDP, oder? Nee, geht nicht auf die FDP und so weiter, sind ja stabil. Aber ist so, dass wir im Gegensatz von den Grünen nicht profitieren können. Die haben das im Moment besser geschafft. Das sind ja auch mal so Hypes. Vorm Jahr war es Christian Lindner mit seinem Team. Das sind ja auch mal so Wellen, die da stattfinden. Und das wissen die Grünen auch ganz genau, dass sie jetzt von einer Sondersituation profitieren und dass sich das auch sehr schnell ändern kann. Das ist ihnen schon durchaus bewusst. Was meinen die anderen, also teilen sie diese Analyse, dass vor allem die AfD und die Grünen gerade kommunikativ für einen besonders guten Job machen? Ja. Mir ist immer lustig, was immer so im Kupf passiert. Man könnte jetzt ja, daraus könnte ich jetzt eine schöne kleine Meldung machen. Katja Suding lobt PR-Strategie der AfD. Die AfD kann doch super laufen. Ja, aber niemals tun. Würde ich nicht. Nein, man ist schon raus. Nein, das ist eine Idee, aber tatsächlich nicht, wie vorsichtig man tatsächlich als Politiker mit seinen Sätzen sein musste. Das ja wirklich vervollkommend hat, ist ja Olaf Scholz, der quasi am Ende seiner Zeit als Bürgermeister, glaube ich, auch keine einzige Frage mehr mit einer Antwort geantwortet hat, die auch nur ansatzweise zu der Frage passte. Aber man muss da nicht aufpassen. So, ich war jetzt gerade mit den Grünen. Was war mit den Grünen? Ja, mit den Grünen. Aber es wurde AfD gesagt und sofort, ja, mit den Grünen. Job zufrieden mit dem PR-Job der Grünen? Das verdient. Na, die Grünen machen es, glaube ich, tatsächlich gerade ganz geschickt, während sich die anderen Parteien im Wesentlichen ja um sich selber kümmern. Dann sind die Grünen, die FDP vielleicht auch ein bisschen, und die AfD, und die Grünen sind die Parteien, die immer den Eindruck hinterlassen, bei uns ist alles fein, wir haben uns entschieden, wir haben eine gute Spitze, und wir sind im Moment die Einzigen, die sich um Politik, um die Sorgen der Bürger kümmern. Und das verfängt. Ob das im halben Jahr noch so ist, weiß kein Mensch. Also, ich glaube, gut gemachte PR ist heute tatsächlich was anderes, als es früher war. Also, ich merke das ja, das ist irgendwie, ich persönlich kriege auch noch sehr, sehr viele Mitteilungen, aber die meisten Dinge passieren, so in Gesprächen, und dann hat der PR-Profi hat dann tatsächlich eine Geschichte. So, hast du schon gehört, das und das, und so, und so, und so, da könntet ihr, und im ersten Moment ist das dann einfach nur vielleicht auch eine Kontaktaufnahme, die dann sehr geschickt ist, und der Journalist springt halt, sie haben es gesagt, immer auf eine gute Geschichte an, und im Idealfall ist es auch eine Geschichte, wo der PR-Mensch dann vielleicht erst mal gar kein Mandat hat, aber dadurch ist der Kontakt hergestellt, und dann ist man halt im Gespräch. Und dann kann ja auch manchmal eine Geschichte kommen, wo man weiß, okay, da hat ja was mit zu tun, aber wenn es eine gute Geschichte ist, ist es eine gute Geschichte. Also, insofern, glaube ich, geschickte PR ist heute umso wichtiger als früher, und das ist der Trick, man merkt nicht mehr, dass es PR ist. Wenn du merkst, dass es PR ist, glaube ich, wenn du eine Mail kriegst und du merkst eine PR-Mail, langweilig weg. Also, ich würde da gerne noch was zu ergänzen. Also, alle haben ja sicherlich in den letzten Monaten die DSGVO-Problematik miterlebt und ihre Journalisten-Verteiler angeschaut und sich gefragt, ob sie die alle noch so benutzen dürfen. Und, also, ich finde, das ist auch ein Plädoyer dafür zu sagen, was der Herr Heider gerade gesagt hat, die Pressemitteilung an sich sicherlich als Informationskanal für einen Steady-News-Flow, wie wir das so schön nennen, kann man mal machen. Aber ich glaube, die DSGVO hat auch bei den PR-Agenturen oder sollte auch dazu geführt haben, mal zu überlegen, mit welchen Themen und Geschichten und auf welche Art und Weise man die Journalisten wirklich auch anspricht. Und ich glaube, dass das auch letztendlich einen Qualitätsvorsprung auch nochmal in der PR gebracht hat. Und, also, wir sehen das ja selber auch. Seit DSGVO haben wir irgendwie deutlich weniger Presse-Aussendungen, wir haben viel mehr Media Relations, also tatsächliche Lunches oder Telefonate mit den Journalisten. Und an dem Output hat sich nichts geändert. Also, ich denke, das ist eine sehr gute Entwicklung, obwohl natürlich viele auch ganz schön gestöhnt haben. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, dass sich da nicht so viel dran geändert hat, weil wer einfach früher nur aufs Knöpfchen gedrückt hat und eine Pressemitteilung rausgeschickt hat, das war früher nicht erfolgreich und das ist auch heute nicht erfolgreich. Und ich glaube, das ist, wie Herr Heider schon sagte, eher das Relations, was da vielleicht den zentralen Punkt in der PR ausmacht, was, ja, was für eine Beziehung man zu einem Journalisten hat und was für Themen man anbieten kann. Und da auch wieder das Wichtige, es muss ja eingeordnet werden in einem bestimmten Kontext und halt nicht aus der eigenen Perspektive immer nur betrachtet werden, was ist die tolle Lösung, die wir bringen, sondern mal die andere Seite einzunehmen. Und das, finde ich, hat sich nicht geändert. Wie sieht denn dann der perfekte Marketing-Mix aktuell aus? Also, ist das eher anrufen anstatt E-Mail schicken? Ist das Google-Werbung? Also, wie bringt man ein Startup nach vorne? Es ist in der Tat Beziehungsmanagement. Und das ist ja auch immer so das Fatale, dass Startups immer sehr häufig denken, ach, das kann ja der Praktikant machen. Das kann der Praktikant nämlich nicht machen, weil der Praktikant dieses Netzwerk nicht mitbringt, was er sich über Jahre aufgebaut hat. Dieses Beziehungsmanagement ist ja auch mal ein Vertrauen, was dahintersteht. Deswegen muss man auch kein Einzelmanager-Magazin haben. Wir haben schon viele Hintergrundgespräche geführt, die mit uns gar nichts zu tun hatten, sondern eher um eine Einordnung eines bestimmten Themas, wo wir zur Rate gezogen wurden. Und das ist halt das Elementare. Und klar, wenn wir von Online-Startups sprechen, die im Zweifel Lead Generation als Business Model haben, dann ist Online-Marketing eines der elementarsten Kanäle in dem ganzen Kommunikation- und Marketing-Mix. Der hat aber auch keinen Einfluss jetzt auf die PR. Und ich sage auch immer, ihr könnt gerne, also wenn ihr Leads haben wollt, macht Online-Marketing. Dafür ist PR nicht da. Da ist, wie Frau Butzi sagte, langfristig halt eine Marke zu positionieren, Vertrauen zu schaffen. Dafür ist PR gut. Aber bestimmt nicht, um jetzt irgendwie Kunden zu gewinnen. Also ich möchte dazu noch gerne was ergänzen. Ich kann das bestätigen. Also PR ist ja bei vielen Startups auch quasi das allerheilige Mittel. Es wird ja auch immer gedacht, das kostet nichts und das bringt total viel. Wird auch häufig tatsächlich von Personen besetzt, die da nicht so viel Ahnung von haben. Und dass es natürlich irgendwie auch wichtig ist, dass dort die Experten sitzen, die mit den Journalisten schon ein gutes Verhältnis haben und vor allen Dingen auch die Themen strukturieren können. Was ich aber glaube, ist, dass wir doch einen stärkeren Schulterschluss mit den Marketingleuten haben könnten. Also ich plädiere immer dafür, dass gerade wenn wir Startups betreuen, dass wir auch sagen, hey, lass uns doch auch auf gewisse KPIs einigen. Was ist denn für euch Erfolg? Hat vielleicht auch eine gute Geschichte, die man in der Welt online unterbringt, weil auf eurer Website auch Traffic generiert und sei es nur auf eurem Blog oder auf einem Meinungsbeitrag, der dann von eurem Gründer dort nochmal hinterlegt worden ist. Und das sind auch Dinge, die man gemeinsam mit den Marketingleuten machen kann oder einfach auch noch Themen weiter streuen. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch PR noch zu verbessern. Verstehen die Journalisten überhaupt, was die Startups heute noch machen? Also wenn man viele Pressemitteilungen von den Startups liest, dann muss man ja selbst oft dann wieder noch rubeln. Oder ist es fast schon eine Aufgabe von den PR-Kommunikationsleuten, erstmal die Journalisten aufzuschlauen, also denen überhaupt erstmal zu erklären, was heute sehr real ist? Auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als ich 2010 anfing, in der Startups-Szene unterwegs zu sein, wo man dann einem Wirtschaftsredakteur einer lokalen Zeitung erstmal drei Stunden erklärt, was der Unterschied zwischen einem Marktplatzansatz und einer Ankaufsplattform ist, also Bindung von Kapital oder einfach nur Durchlauf. Das war schon anstrengend, aber das ist ja auch unsere Aufgabe, den Übersetzer da zu spielen und Themen so verständlich aufzubereiten, dass es der Journalist und damit auch der Leser versteht. Und das ist aber unsere Aufgabe. Also ich glaube, es ist auch essentiell, insbesondere wenn es um sehr komplexe Themen geht. Also ich hätte das ja schon gesagt, wir sind sehr stark in der Digitalisierungsbranche tätig. Da geht es immer um Datenthematiken und welche Daten wie gesammelt werden und wie verwendet werden. Und ich kann auch nur jeden ermutigen, der ein erklärungsbedürftiges Produkt hat, mit den Journalisten, also wir nennen das immer Ask-me-anything-Sessions zu machen. Wir nehmen auch gerne mal mehrere Kunden mit, die dann einfach nur erklären und versuchen, einen größeren Kontext herzustellen, damit auch eine solide Berichterstattung überhaupt erst mal möglich ist. Und das wird auch sehr, sehr gerne angenommen. Also das ist auch nicht irgendwie ein Format, wo die Journalisten sagen, ich weiß das eh alles schon, weil es sind halt auch häufig Themen, die erst mal verstanden werden müssen. Ist das gegen die journalistische Ehre, Herr Heiler, wenn man sich was erklären lassen muss, wenn John das nicht von Anfang an erklärt, versteht? Das ist ja das journalistische Arbeiten. Nein, das wäre absurd. Wie Sie es gesagt haben, wir müssen das erst mal verstehen. Man weiß nicht alles. Nicht vielleicht, aber die anderen Kollegen in der Redaktion lassen das Problem. Meine Kollegen wissen halt nicht immer alles. Und das ist ganz normal. Das war, als ich damals in der Wirtschaftsredaktion anfing, als sehr, sehr junger Mann. Paul Suning hat gerade festgestellt, dass ich wahrscheinlich der älteste Mann hier im Kreisberg, ja, also egal. Also der älteste Mann hier im Raum, also als ich sehr jung war, habe ich in der Wirtschaft angefangen und da hatte ich keine Ahnung, was der DAX ist. Also ich wusste, das ist eher Tier. Ja, so. Und da muss man sich, und so ist es halt mit ganz vielen Dingen. Was ich aber feststelle, das ist sehr, sehr lustig. Wir machen das manchmal bei uns in der Redaktion, wenn also die Leute aus dem komplett digitalen Bereich zukommen, mit den Leuten aus den anderen Bereichen, dass wir so kleine Glocken aufstellen oder so kleine Phrasenschweine und die Digitalis für jeden englischen Begriff, den man nicht gleich versteht, ein Euro da reinschmeißt. Das Schweinchen ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon ziemlich voll. Nee, wir gehen davon einmal in der Woche The Table essen mit der Redaktion. So, und da ist so ein bisschen meine Bitte an die PR-Leute, ab und an, oder an alle, ab und an ihre eigene Sprache zu hinterfragen. Also es ist, es nimmt absurde, ne, also wir müssen jetzt mal echt ein richtiges Dive-In jetzt machen, damit der KPI-Shift auch gelingt. Und wir brauchen mit der Sport seine Redaktion. Ja, und dann gucken Journalisten und sagen, was? So, und da ist einfach, erklären heißt dann einfach auch mit Worte benutzen, so wie es wir Journalisten auch tun, dass es möglichst viele Leute verstehen. Und ich kann Ihnen sagen, da draußen sind Leute, die haben nicht den Hauch, also wirklich nicht den Hauch einer Ahnung von vielen Dingen. Die muss man ganz normal mit vielen Beispielen erklären, worum es geht. Wie stark müssen Sie denn journalistisch dann eingreifen, um die Sachen erklärbar zu machen? Also Sing Klartext ist, Sie sagten es bereits, also da werden knallharte journalistische Standards an die Texte angelegt. Ja, also wir redigieren die Texte natürlich und schicken die dann nochmal zur Autorisierung an die Autoren zurück und das meist im Korrekturmodus und sehr oft sind die Wortdokumente ziemlich rot. Aber wenn man es vorher im Telefongespräch geklärt hat, dann versteht man oft eher das Gegenüber, aber man muss natürlich auch dem PR-Agent, mit dem man zu tun hat, wenn es einer ist, dann oft auch irgendwie erklären, dass er einerseits uns selbst das Wissen einmal kurz vermitteln muss, worum geht es eigentlich, aber auch vor allem die Andersartigkeit. Was unterscheidet jetzt diesen Experten mit seiner Meinung von dem Rest? Und es gibt so eine Tendenz zu weichgespülten allgemeinen generischen Aussagen, mit denen man im Unternehmen, glaube ich, überhaupt nirgends so aneckt und nichts falsch macht, aber mit denen man halt auch überhaupt nicht punktet. Und wenn wir jetzt gerade in so einem Meinungsportal sprechen, sind die Beiträge am effizientesten oder am stärksten wahrgenommen, die sich eine knackige Meinung zutrauen. Man kann das ja im Text dann oft noch aufschlüsseln, aber oft fehlt einfach so dieser Mut, eine Position zu beziehen. Das heißt, brauchen wir mehr Meinungen? Haben wir nicht schon alle genug Meinungen? Ich glaube nicht. Also wir sehen bei Klartext, dass das gut funktioniert, dass das stark nachgefragt wird und ich glaube, wir haben insgesamt einen riesigen Überschuss dank Digitalisierung der Informationen, aber nicht unbedingt der Einordnung dieser Informationen. Und ich glaube, jeder ist total dankbar dafür, wenn er einen interessanten Blickwinkel auf ein Problem erfährt mit einem klaren Absender und einer klaren Haltung und einer klaren Meinung. Haltung ist ein gutes Stichwort. Also Meinung und Haltung. Gibt es Grenzen für so ein Partei, wie es sind Klartext beispielsweise? Also könnte ich als Mitarbeiter der Zigarettenindustrie bei Ihnen einfach im Text veröffentlichten, schönes Beispiel, wo ich die Vorzüge des Rauchens lobe? Das wäre ja an sich schon ziemlich gaga. Das wäre inhaltlich schon so absurd, dass wir Nein sagen würden. Der zweite Filter wäre schon... Wenn Ihnen der Mitarbeiter von der Rüstungsfirma, der Waffenproduktion als friedenserhaltendes Mittel lobt oder so was? Also wir haben unsere Themen sehr auf Arbeitsmarkt fokussiert und Karriere und so. Deswegen kann ich mich da um die Antwort ein bisschen, auch als ehemaligen Gruppenmitarbeiter, ein bisschen rumschlängeln. Entschuldigung, also bleiben am Rauchen. Nein, ich kann sagen, dass es natürlich darauf ankommt, ist es eine relevante gesellschaftliche Debatte? Also wo fängt... Ist es eine abweichende, interessante Meinung oder ist es einfach... Also wo endet die Relevanz? Ja, okay. Tatsächlich sehen wir gerade einen ganz großen Trend in der Kommunikation. Also natürlich, weil es natürlich auch zu Weihnachten hingeht, aber grundsätzlich sehen wir, glaube ich, einen sehr großen Trend, dass immer mehr Unternehmen ihre Moral entdecken oder wiederentdecken oder stärken, dass sie in vielen Dingen viel stärker politisch Flagge zeigen. Ist das modern? Sehen Sie das auch so, dass Unternehmen ihre Moral entdecken, ihre Ethik? Sagen wir besser Ethik? Ja? Naja, das ist ja im Wesentlichen der CSR-Gedanke, Corporate Social Responsibility. Der ist ja nicht ganz neu, aber aus meiner persönlichen Meinung würde ich sagen, es kann, wenn man sich für Grundwerte oder freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzt, kann es eigentlich nie unmodern sein. Insofern fände ich das immer begrüßenswert, wenn ein Unternehmen sich wirklich dazu bekennt, sich irgendwo zu engagieren. Wenn es aber erkennbar aus Marketinggründen ist und nur eine Art Greenwashing quasi ist und ein gutes Image verpassen soll, dann funktioniert es nicht, dann wird es auch kommunikativ, glaube ich, sehr schnell zerrissen werden. Wenn man aber merkt, da steckt so ein richtiger Change-Prozess dahinter, der auch vom Management getragen wird, durchs Unternehmen durchgeführt wird und sich dann eben auch kommunikativ äußert, ich glaube, dann macht es auch Sinn, dann ist es auch glaubwürdig. Ah, okay. Frage in die Runde, brauchen die Unternehmen mehr Ethik? Also muss man stärker noch moralisch aktiv werden als Unternehmen? Also ich kann es nur aus der Startup-Szene sagen, da haben wir ja häufig auch mit Gründern zu tun, die tatsächlich auch aus einer ethisch-moralischen Motivation ihre Startup gegründet haben oder ein Produkt entwickelt haben oder das Entrepreneurship auch nutzen, um die Welt zu heilen oder wie. Also das kann man ja bewerten, wie man möchte, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es dadurch natürlich auch in einer besonders spitzen Zielgruppe dann auch leichter ist, Käufer oder auch Unterstützer zu finden für ein Produkt. Und dann ist es natürlich auch ein guter Move, wenn das echt ist, wenn die Story echt ist. Also man kann natürlich aus jedem Startup-Gründer auch irgendwie so eine schöne Story machen. Also da muss schon Substanz dahinter stecken. Aber dann ist es natürlich auch ein guter Motor, um PR noch weiter zu unterstützen, insbesondere wenn man noch nicht so viele weitere Geschichten hat. Also da sollte sich jedes Startup auch schon mal Gedanken machen, ob da noch ein höheres Thema mitschwingt. Okay. Sonst noch Meinungen? Brauchen wir mehr Moral und Ethik? Oder haben wir davon genug? Gut. Also ich beobachte das immer mehr, das ist immer mehr ganz klar gegen Rechts, ich sage jetzt auch nochmal AfD, also ganz klar gegen Rechtspositionen beziehender Unternehmen, das ist ja lange nicht mehr getraut. Also Unternehmen haben lange oft versucht, nicht zu stark politisch irgendwie aktiv zu werden. Ich glaube, das hat sich schon verändert im Laufe der letzten Jahre. Also ich will da nochmal vielleicht von Otto sprechen. Alexander Birken bezieht da ja auch öfter mal Stellung zu Themen, die draußen gerade in der Welt passieren. Und es ist ja nicht nur die Außenwirkung, die das Ganze hat, sondern auch was da nach innen passiert. Und wir haben ja auch im Intranet ein sehr großes bei der Otto Group, eine App, und da wird das natürlich auch gespielt. Und das stößt auf sehr, sehr großen Zuspruch. Also auch die Mitarbeiter finden das gut, wenn ihr Chef sozusagen nach außen geht und da Stellung bezieht. Also es ist halt nicht nur die externe Wirkung, sondern auch was man da nach innen mitbewirken kann. Sehr schön. Wir müssen noch über ein Thema reden, bevor die Zeit rum ist. Das ist natürlich das Thema, über das alle reden. Influencer. Sind die nun gekommen, um zu bleiben, oder ist das eine Modeerscheinung? Gibt es in der Politik überhaupt Influencer? Gibt es echte Politik Influencern? Ja, mit Influencern meint man ja neudeutsch, so wie ich das verstanden habe, Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, die unglaublich viele Menschen erreichen und die immer so ein bisschen mittler zwischen zur Welt sind. In der Politik gibt es ja auch einige, die sich mit diesem Thema beschäftigen. LeFloid beispielsweise, ich glaube, über drei Millionen Abonnenten auf YouTube, ist, glaube ich, einer der größten. Also meine Kinder gucken den auch andauernd. Das gibt es jetzt in den sozialen Medien, das ist auch sicherlich notwendig. Ich glaube aber, dass es diese Funktion Influencer schon immer gegeben hat. Das gab es natürlich früher auch schon in den, vielleicht nicht im politischen Bereich, aber früher gab es bei zwei öffentlich-rechtlichen Programmen die großen Shows, die man geguckt hat, wo am nächsten Tag jeder darüber geredet hat, wo auch Trends gesetzt wurden, wo einfach auch Gesprächsstoff erzeugt wurde, und zwar für breite Teile der Bevölkerung. Das hat es früher gegeben, denn da gibt es die großen Leitartikler der großen Tageszeitungen, die sicherlich auch Influencer sind. Ich glaube, das kann man ja gerne nur sagen. Die heißen Influencer. Wenn der Prantl als... Zum Beispiel, so davon gibt es ja auch etwas. Das hat sich eben verändert und in den sozialen Medien braucht man sowas eben vielleicht noch mehr, weil die Angebote so vielfältig geworden sind. Also meine Kinder kennen das überhaupt nicht mehr, dass man am nächsten Tag in die Schule geht und alle haben irgendwie dasselbe geguckt. Also das ist so diffus geworden und wir sind ja ganz anders aufgewachsen. Das ist, glaube ich, die Funktion eines Influencers in den sozialen Medien hier nochmal besonders wichtig und zentral. Im Zweifel haben die schon dasselbe geguckt, aber es ist etwas anderes, als wir heute sehen. Das, was die gesehen haben, hat sich bei YouTube und bei Instagram abgespielt. Wahrscheinlich dann eher als... Aber da gucken sie ja nicht alle dasselbe. Der eine guckt diesen Kanal, der andere guckt diesen und ich höre das ja manchmal reden. Ich bin, ist der eine Fan von denen, der andere reden, der andere mag er überhaupt nicht und da ist ja wirklich richtig viel, was man auswählen kann. Aber das heißt also als Politiker, wenn man da groß aufzieht in diesen Plattformen, hat man doch dann schon eine ganz gute Chance, also relativ viele Menschen zu erreichen, auch mit seiner Botschaft. Gut, die sind ja jetzt noch jung, aber irgendwann werden die auch älter und vielleicht wählen die dann FDP statt Grün. Also viele Junge wählen ja immer noch Grün. Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt hingehe und sage, du verkündest jetzt meine Botschaft. Zum Glück ist das nicht so. Dann glaube ich wäre ja auch längste Zeit Influencer gewesen. Okay. Gibt es beim Hamburger Abend halt Influencer? Ja, 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 tatsächlich. Es gibt glaube ich für Hamburg, also wir haben HSV-Reporter, die eine wichtige Rolle spielen, übrigens auch in den sozialen Medien. Einer unserer ältesten HSV-Reporter, war 65, als der irgendwie mit seinem Blog jeden Tag, glaube ich, 280.000 Menschen erreicht hat und da tatsächlich pro Blog einfach bis zu 1600 Kommentare waren. Es gibt viele andere, die sich in ihrem Bereich, also unser Kultur-Reporter, Joachim Mischke ist, glaube ich, dergegen, der am hauptwächsten in der Elbphilmine war, der hat jetzt 175 Konzerte gesehen. Wenn der was über die Elbphilmine sagt, über den großen Saal, hat das schon irgendwie in diesem Bereich, so und so gibt es überall, aber gut. Ich meine, Mikro-Influencer, ehrlich gesagt, gibt es Mikro-Influencer, das ist ein Fachwort dafür. Ist das ein HSV-Mann natürlich. Ja, was heißt Mikro-Influencer? Also, ich erinnere mich an meine Jugend, da gab es ja auch Influencer, so wie Michael Jordan. In dem Moment, wo Michael Jordan neue Schuhe trug, rannten wir alle in den Sportladen und kauften uns diese neuen Schuhe, die interessanterweise noch nie benannt waren. Und so, gut, damals gab es halt vielleicht noch kein Social Media, aber das ist ja das gleiche Prinzip. Also, insofern ist das eine uralte Geschichte und da gibt es Leute, die das jetzt, aber man muss sich als Influencer, glaube ich, klar machen, dass man eine relativ kurze Lebensdauer hat. Weil egal, gucken Sie sich bei sich selber an, egal was man gut findet, irgendwann findet man es nicht mehr gut, dann findet man was anderes gut. Das ist für so einen Influencer jetzt so eine mittelgute Nachricht. Und das ist hoffentlich eine ganz gute Nachricht, wenn es dann so Medien, wie jetzt die Welt am Sonntag oder das Abendblatt oder in den Spiegel, die es schon seit 70 Jahren gibt, ist dann eher eine gute Nachricht, also sich nicht auf einen Influencer zu verlassen, sondern auf eine möglichst breite Bar. Bei Otto soll jeder Mitarbeiter Influencer werden. Habe ich das richtig verstanden? Jein. Also Influencer im Sinne von Social Media Botschafter eher weniger, sondern es geht eher darum, Botschafter für das Unternehmen zu werden und in Richtung Employer Branding für sein Unternehmen zu sprechen, um damit halt neue potenzielle Kollegen zu gewinnen. Und da gibt es in der Tat verschiedene Stufen in diesem ganzen Influencer-Programm, also angefangen von, man sitzt selber irgendwo auf dem Panel und ist Botschafter. Man ist in einem Bewerbungsgespräch mit dabei, weil ich immer noch am besten von meiner Abteilung, von meinem Team erzählen kann, als jetzt vielleicht der Recruiter. Und das ist sozusagen das Influencer-Programm von Otto. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich in Richtung, wenn es Mode-PR geht, da auch sehr viel auf Influencer gesetzt wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Portfolio-Unternehmen haben, Wohnklamotte, die jetzt eine Konferenz veranstaltet haben, wo auch ganz viele Home- und Living-Influencer waren. Also im B2B-Bereich geht es dann eher, geht es auch wieder in Richtung Journalismus, sind es vielleicht die Kule Westermeyer von Online-Marketing-Rockstars interessanter, als jetzt Karo Dauer. Hat Xing Kreatix das Zeug, die Influencer zu machen? Ja, wir haben auch schon ziemlich viele Influencer. Die nennen sich allerdings bei uns Xing Insider. Und das ist so ein Netzwerk im Augenblick von 270 Experten. Zum Teil haben wir irgendwann mal Kontakt zu denen bekommen. Zum Teil haben wir die auch konkret angesprochen und gesagt, interessante Personen, irgendwelche Start-up-Gründer oder Leute, die in bestimmten Branchen eine große Expertise haben und die sich gut äußern können. Das haben wir dann so im Laufe der Zusammenarbeit dann erfahren. Und die pflegen wir auch gewissermaßen. Die haben auch bei uns ein eigenes Profil und publizieren da entsprechende Artikel. Also anders als bei Facebook eben jetzt nicht kurz das Video von der Betriebsweihnachtsfeier, sondern so richtigen Beitrag und richtigen Essay. Das machen die regelmäßig. Wir helfen denen, wir sorgen für Reichweite. Und das ist aber eine andere Art von Influencer. Das ist nicht so à la Floyd und Co. auch diese kurzlebigen Hellenfeuer, sondern das sind Leute, die haben sich mit ihrer Expertise eine richtige eigene Marke aufgebaut in diesem Netzwerk. Und die haben ein kleineres Netzwerk. Das sind dann Gespräche, ich weiß nicht, von zwischen vielleicht 5.000 und 20.000 Anhängern oder Followern. Aber die halt dann sehr Zielgruppen genommen. Also es hilft denen ja nicht, wenn sie im Alterssegment von über 60 protestantisch irgendwas gut ankommen, sondern die wollen natürlich in ihrer Zielgruppe in ihrem direkten Umfeld auch entkommen. Das können sie über solche sozialen Netzwerke ganz gut aussprechen. Sind Influencer gekommen, um zu bleiben? Wie setzt sich jeder darum gedrückt? Also ich kann eigentlich nur was aus dem B2B-Bereich dazu sagen. Also wir versuchen ja auch schon, Influencer aufzubauen. Aber für mich sind Experten und Influencer ist eigentlich auch irgendwie, es geht ineinander über. Und ich glaube schon, dass gerade im B2B-Bereich, was ich auch in der Vergangenheit gesehen habe, Menschen, die einen wahren Expertenstatus erlangt haben und der auch sichtbar ist für Journalisten, für Investoren, für potenzielle Geschäftspartner, wen auch immer und Kunden natürlich, dass die auch bleiben können und auch ihren Status dann auch halten können, weil sie eben auch wirklich wahre Experten sind und dann auch Meinung beeinflussen, indem sie Richtung vorgeben, Haltung zeigen und so weiter. Okay, dann. Bevor wir gleich ein, zwei Fragen zu lassen, eine letzte schnelle Frage. Wir wollen ja uns noch weiter heute mit dem Thema Disruption beschäftigen. Gibt es irgendwelche Kommunikationsrituale, die Sie am liebsten sofort wegdisruptieren würden, Frau Subbing? Nein, sehr gut. Herr Heide. Kümmer nichts an. Nö. Verteiler, die sich von alleine erstellen, vielleicht? Geht das überhaupt noch nach der DSGVO? Irgendwer, was wir verdanken, verzichten könnten. Auf irgendein Kommunikationsritual? Ja, lange Weichspülen, Autorisierungsschleifen beispielsweise, wo man mit einem schönen Text reingegangen ist, mit einem, wir wollen einen Dialog gestalten, Überschrift wieder rausgehen. Das wäre ganz schön. Sehr schönes Beispiel. Gibt es etwas, auf das du verzichten könntest? Ja, also ich könnte auch auf mindestens 50% der Zusätze in Pressemitteilung, dass jemand Weltmarktführer ist, verzichten. Ja, auch gerne, dass das neue Facebook für irgendwas gebaut wird. Auch immer gerne genommen. Gibt es noch Fragen? Ja, ich würde so ein bisschen, das Thema ist ja auch Diskussion interessieren, was Sie für eine Vision haben, also wie entwickelt sich PR in der Zukunft? Das kann jetzt ein bisschen zu kurz kommen. Warum ist denn der Schwerpunkt, ist es eigentlich, es geht um Geschichte und es bleibt gleich, aber wenn man mal so ein bisschen ins Zukunftsglas guckt, wie kann sich PR in 20, 30 Jahren so zeigen? Was kann man so? Also ich hatte ja schon einmal so einen kleinen Ausblick gegeben, wie ich mir auch die Zukunft der PR vorstelle. Ich glaube, dass wir im Moment noch zu sehr in verschiedenen Disziplinen denken, in der Kommunikation. Ich glaube, dass wir durch die Digitalisierung sehr viele Möglichkeiten bekommen, um auch sehr zielgerichtet Kommunikation aufeinander abzustimmen. Wir müssen auch den Schulterschluss machen mit den Marketingleuten. Wir müssen viel stärker auch nochmal, sag ich mal, unsere Zielgruppen neu definieren. Also es gibt ja nicht nur die Journalisten, die natürlich auch noch ihre Rolle, ihre wichtige Rolle haben. Es gibt auch andere Zielgruppen wie Influencer, die wichtig werden. Die werden ja auch selber Publisher. Also viele Marken und Unternehmen und Menschen können ja auch eigene Publisher werden. auch sehr erfolgreich, um zum Beispiel ihren Expertenstatus auszubauen oder aufzubauen und dafür dann auch neue digitale Kanäle nutzen. Zum Beispiel auch eine ganz systematische Distributionsmechanik aufzusetzen. Also ich glaube, das sind jetzt keine Visionen, die irgendwie in die nächsten 10 oder 20 oder 30 Jahre gehen. Das sind Sachen, wo wir als Kommunikationsprofis teilweise denken, das müsste ja eigentlich schon normal und möglich sein. Aber es ist halt in vielen PR-Abteilungen einfach auch noch Zukunftsmusik und es wird auch teilweise wirklich so abteilungsübergreifend relativ stark abgeblockt. Also ich bin auch der Meinung, dass jeder, der PR macht, ebenso Zugang zu einem Web-Track- oder Analytics-System haben sollte wie einen Marketingmanager, weil wir sehen ja auch die Erfolge von zum Beispiel einer Resonanz auf einen tollen PR-Artikel. Und ich glaube auch, dass Digitalisierung in Zukunft uns auch eine andere Stellung im Unternehmen noch ermöglichen kann, weil wir auch endlich beweisen können oder stärker beweisen können, welche Power PR eigentlich hat, was wir teilweise heutzutage ja einfach auch nicht können, weil wir es nicht messen können oder nicht messen wollen. Und am Ende des Jahres ein schönes Clipping-Booklet dem Kunden zu geben, ist zwar schön und die freuen sich dann auch und vielleicht hängt dann da auch ein Bild von der Gründerin in der Cosmopolitan, aber PR kann ja viel mehr und PR ist, glaube ich, einfach durch Technologie und Möglichkeiten auch im Social-Media-Bereich, gerade in den Startlöchern, um wirklich seine Stellung im Unternehmen auch noch zu verbessern. Wenn wir kurz über die Zukunft reden wollen, künstliche Intelligenz, müssen wir uns Sorgen machen. Also werden Ihre Jobs irgendwann weg sein, die künstliche Intelligenz? Frage, Miriam? Also ich glaube nicht, dass weder der Journalist noch der PR-Berater auf der anderen Seite vielleicht durch ein Chatbot oder sowas erlesst wird, weil ich glaube und hoffe, dass es ähnlich ist, wie bei den Prognosen, was den Wegfall anderer Jobs angeht, dass es die Kreativen und die Aufgaben am Menschen, wie den Pfleger oder sowas, dass die erhalten bleiben werden und gerade wenn alles automatisiert, digitalisiert wird, ist der Mensch noch irgendwie das Einzige, was ein Thema einordnen kann. Und ich glaube, das wird nicht verloren gehen. Die Politik wird wahrscheinlich auch nicht durch Chatbots ersetzt werden, auch wenn das manchmal so klingt. Die Talkshows. Ja, das hoffe ich nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Aber natürlich hat künstliche Intelligenz auch einen Einfluss auf die Art, wie wir kommunizieren. Das sind die eben angesprochenen Filterblasen, die uns durchaus Sorgen machen. Also Menschen beziehen ihre Informationen immer mehr über Social Media. Die Maschinen wissen ganz genau, was interessieren die Menschen, welche Haltung interessieren die Menschen auch. Und sie bekommen dann auch vorwiegend oder irgendwann vielleicht nur noch ausschließlich das, mit dem sie sich schon auseinandergesetzt haben. Und dann findet eben eine wirklich offene Auseinandersetzung auch mit ganz unterschiedlichen, ganz anderen Positionen irgendwie nicht mehr statt. Und das halte ich schon für eine große Gefahr für unser demokratisches System insgesamt. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Okay, vielen Dank. Gibt es sonst noch eine Frage? Eine Frage an Herrn Heider zum Thema Monetarisierung Ihres Produkts. Sie haben bisher in Ihrem Eingangsstatement gesagt, es waren früher ganz viele Anzeigen. Und da kam ja vermutlich auch viel Geld von sogenannten B2B-Kunden, also Unternehmenskunden, Stichwort Stellenanzeigen. Das Geld geht jetzt woanders hin. Gibt es, Stichwort Disruption, gibt es in Ihrem Haus Ansätze, wo man sagt, okay, man kann vielleicht mit Ihrem Kernproduktinhalt auch wieder in die Monetarisierung einsteigen, jetzt mal jenseits des Verkaufserlöses. Also quasi gibt es Plattformen, die der Digitalisierung entgegenkommen, wo man sagt, es gibt andere Content-Formate als der klassische Journalismus. Na ja, erstmal ist es natürlich so, dass wir tatsächlich versuchen, unseren klassischen Content auch digital zu verkaufen. Ich habe es vorhin erzählt, wir sind seit fünf Monaten dabei, uns komplett zu verabschieden von der Idee, wir wollen möglichst viel Reichweite auf armblatt.de haben, sondern wir gucken nur, mit welchen Texten verkaufen wir möglichst viele Abos. Haben dann unser Bezahlmodell verändert, was dazu führt, dass wir im Moment am Tag 50 bis 60 Abos digital verkaufen. Inzwischen ein Abostamm von 30.000 digital Abonnenten haben. Und man sieht, insbesondere dank Netflix, dass die Bereitschaft der Menschen, auch junger Menschen, im netzen Abo zu bezahlen, total gestiegen ist. Also ist das Kern, was wir jetzt machen werden, ich glaube, ich bin jetzt kein Hellseher, aber wenn man sich anguckt, die, die das schon machen, insbesondere in Skandinavien, die haben es geschafft, innerhalb von drei bis fünf Jahren mehr Abos zu haben, als sie jemals in der Printzeit hatten. Das kann durchaus möglich sein und ist für uns natürlich ein großer Vorteil, wenn wir all das nicht mehr haben, was jetzt anders dranhängt, also Druckkosten, Partierkosten, Zustände, sie finden ja kaum noch Zustände, wenn das alles wegfällt, ist das eine Riesenchance für Zeitungen. Und das andere ist natürlich, dass wir auch versuchen müssen, da haben wir zu lange gewartet, aber wir haben es jetzt zum Beispiel im Bereich Stellenanzeigen gemacht. Wir haben ein eigenes Stellenanzeigenportal und zwar nur für Hamburg gemacht, das in diesem Jahr dazu geführt hat, dass die Verluste oder die Rückgänge, die wir bei den Stellenanzeigen im Printbereich hatten, durch dieses Stellenportal überkompensiert worden sind und zwar um 50%. Jetzt haben wir auch ein eigenes Immobilienportal nur für Hamburg gemacht, also da geht vieles, aber im Mittelpunkt wird der Verkauf von Inhalten stehen, weil das ist unser USP, um auch mal so ein Wort zu benutzen. Und ich denke mir, mit diesem USP kann der KPI-Shift auch in den nächsten 2-3 Wochen gewinnen. Es ist übrigens ganz interessant, dass Sie fragten, wie entwickelt sich die PR-Branche in den nächsten 20-30 Jahren. Für uns haben wir gesagt, wir machen keine Prognosen mehr, die länger als 4 Wochen sind. Weil sich so unglaublich viel ändert, dass man erzählt irgendwas, also wir haben jetzt gerade zum Beispiel die Konferenz bei uns von 10.30 Uhr auf 14.15 Uhr verlegt, weil wir festgestellt haben, die meisten Abos verkaufen wir morgens und morgens zu konferieren ist tödlich, da gefährden wir 5, 6, 7, 10 Abos. So, kann aber auch sein, dass wir in 2 Wochen sagen, 14.15 Uhr ist irgendwie auch ein blöder Zeitpunkt, dann machen wir jetzt 16 Uhr. Deshalb, also, ich glaube, da muss man auch realistisch sein und sagen, so Zukunftsprognosen, das war früher total einfach, das ist heute quasi unmöglich. Wichtig ist, dass wir den Wandel gemeinsam gestalten, glaube ich, um das so zu sagen. Sehr, sehr schöne Überschrift für die übrigens. Ja, ich glaube, da würde man auch kein Abo verkaufen. Warte, kein Abo. Schön, mit einem anderen quasi schreiben, dann mir Bilder.